Was für eine schreckliche Nachricht! Ein Stoker hat es sich im Garten von Cassie Hummels bequem gemacht und auf sie gewartet. Und das leider nicht zum ersten Mal. Als Person des öffentlichen Lebens hat Cassie Hummels, 36, sich mittlerweile daran gewöhnt, dass sie im Netz merkwürdige Nachrichten von ihren Kritikern bekommt. Damit, dass aber plötzlich ein Stoker vor ihrer Tür stehen könnte, hätte sie nicht gerechnet. Genau das ist aber leider am Freitagabend, 14. Juni, passiert. Ein Stoker steht vor meiner Tür. Was soll ich machen? Er steht seit 40 Minuten da und klingelt, teilt sie ihrer Instagram-Community mit. Zum Glück kontaktierte sie die Polizei und holte sich die Hilfe eines Nachbarn. Cassie hatte große Angst. Ich hatte richtig Angst und habe die Polizei gerufen. Es war schrecklich. Der Typ hat erst 40 Minuten an meiner Tür geklingelt, erzählt Cassie anschließend im Gespräch mit Bild. Verrückt, der alkoholisierte Mann hatte es sich bereits in seiner Unterhose auf dem Gartenstuhl bequem gemacht. Dem Nachbarn erzählte er, dass er gerne mit Cassie sprechen würde. Mittlerweile wurde der Mann festgenommen und Cassie hat eine Strafanzeige gestellt. Mir geht es soweit gut, versichert sie nach dem Schock gegenüber RTL. Mein Papa ist jetzt bei mir. Der Typ verfolgt mich schon seit Monaten. Er war wohl öfter hier. Besonders bitter, es ist nicht das erste Mal, dass Cassie sich für jemanden muss. Ich hatte auch schon mal in den USA die Situation, dass ein Mann in mein Zimmer eingedrungen ist, berichtet sie. Es ist ein bisschen komisch, dass ich das so sage. Aber, es war krass in der Sekunde, aber ich kann sowas relativ schnell abhaken.